Hallo Leute, ich wollte euch kurz was zum 200 Abonnenten Special sagen. Und zwar habt ihr die Möglichkeit zwischen 3 Dinge zu wählen, die ich als Abo Special bringen soll. Das erste wäre ein Intro Tutorial, das zweite ein Giveaway und das dritte ein Q&A. In der Beschreibung findet ihr den Link, wo ihr abstimmen könnt und bis zum nächsten Mal.